Hallo mit O liebe Nerdlinge, kommen wir zu Teil 3 meiner Toplisten und damit zu meinem Top 5 Manga aus 2022. Vom einflussreichen Klassiker bis zum schreiend komischen Knaller ist alles dabei. Also naja, einiges jedenfalls. Legen wir los. I am Nerd. Los geht es mit Fist of the North Star auf Platz 5, einem Endzeit-Klassiker, auf dessen Neuauflage ich mich schon sehr gefreut habe. Denn in den frühen 90ern, als ich meine ersten Kontakte mit Manga und Anime hatte und großer Fan von Akira wurde, waren auch Anime und Realverfilmungen von Fist of the North Star angesagt. In der Reihe geht es um Kenshiro, der durch eine postatomare Wüste wandert und sich mit allerlei Fieslingen anlegt, die den friedlichen Überlebenden übels mitspielen und sie berauben und töten. Unser Held ist in einer Kampfkunst namens Hokuto Schinken bewandert, mit der er Leute zum Platzen bringen kann, was dem Manga einen durchaus hohen Gewaltgrad verleiht, zumindest für damalige Verhältnisse. Und er ist auf der Suche nach einem alten Widersacher, der seine Frau entführt und Kenshiro zum Sterben in der Einöde zurückgelassen hat. Von ihm stammen auch die sieben Narben auf der Brust des Helden. Nun erschien der erste Band der Master Edition in neuer Auflage mit fettem Hardcover und stand damit ohne Frage direkt auf meiner Wunschliste. Der Preis von 28 Euro ist natürlich etwas happig, aber das Werk von Tetsuo, Hara und Boron Son im Mad Max Look ist es mir aus nostalgischen Gründen ausnahmsweise echt wert. Auf Platz 4 geht es mit Solo-Leveling weiter. Die ersten Bände des koreanischen Webtoons erschienen zwar schon vor 2022, aber ich bin erst im letzten Jahr so richtig auf den Geschmack gekommen. In dem Manuar sind auf der ganzen Erde Portale erschienen, die zu waschechten Dungeons führen mit Monstern, Bosskämpfen und allem drum und dran. Zur gleichen Zeit bekamen viele Menschen besondere Kräfte, um diese Portale betreten und bereinigen zu können. Jingu Song ist einer von ihnen, doch er ist auch wohl der schwächste Hunter. Und während eines katastrophalen Raids kommt es dazu, dass er als letzter Überlebende ne Queste bekommt, die es ihm ermöglicht, seine Fähigkeiten zu steigern, was sonst eigentlich bei den Huntern nicht der Fall ist. Er beginnt also damit zu trainieren, um zum stärksten Hunter zu werden. Ne abenteuerliche Reise beginnt und sie ist extrem spannend zu verfolgen. Die Bände sind actionreich und rasant zu lesen und haben mir auch echt Spaß gemacht. In Korea wurde die Reihe Ende 2021 bereits beendet, während Altraverse aktuell sechs der vollfarbigen Bände im Programm hat. Als nächstes folgt Rooster Fighter auf Platz 3, ein Manga, bei dem ich mich schon weggeschrien habe, weil er ist so wahnsinnig abgefahren. Hier verwandeln sich Menschen in krasse Monster, die Randale machen und ganze Städte angreifen. Und es gibt nur einen, der sich ihnen in den Weg stellt, den Hahn Keiji. Keiji ist quasi One-Punch-Hahn, ja ein Saitama auf Speed und mit Federn. Der kräht die Monster einfach weg und kennt überhaupt keine Furcht. Was ihn antreibt, eines der Monster hat seine Schwester getötet und nun wieder Rache. Und dabei zieht er von Stadt zu Stadt und sucht den Mörder. Rooster Fighter ist absolut irre und treibt einem vor Lachen die Tränen in die Augen. Ich habe selten sowas Durchgeknalltes gelesen und der Manga von Shu Sakuratani erscheint bei Altraverse. Und ich bleibe da auf jeden Fall dran. Auf Platz 2 wird es spannender und komplexer, denn Tokyo Revengers von Kenwakui ist eine waschechte Zeitreisegeschichte, womit man mich in der Regel eigentlich immer kriegt. Loser Takemichi Hanagaki erfährt nämlich zu Beginn, dass seine alte Freundin aus Schulzeiten und ihr Bruder bei Gangstreitigkeiten ermordet wurden. Und kurze Zeit später wird auch er vor den Zug gestoßen, doch anstatt zu sterben, wird er in seinem zwölf Jahre jüngeren Ich wach und versucht den Mord zu verhindern. Denn er hatte selbst mit der Tokyo Manji Gang zu tun, die in den Mord verwickelt ist. Mit Hilfe des Bruders, der ja eigentlich auch tot sein sollte, kann Takemichi zwischen Gegenwart und Vergangenheit hin und her springen und versucht nun Stück für Stück die Geschehnisse zu ändern und verstrickt sich dabei immer weiter in die Probleme der Gangs. Tolle Thematik, die die Spannung lange aufrecht erhält, denn jede Änderung, die Takemichi vornimmt, hat natürlich ihre Konsequenzen in der Zukunft und nicht alle führen zum gewünschten Ziel. Mich haben die bisher erschienenen Bände auf jeden Fall absolut gefesselt und ich warte immer sehnsüchtig drauf, dass es weitergeht. Ein absoluter Thriller, der mit heftigen Cliffhanger süchtig macht. Platz 1 belegt Chainsaw Man, also wer hätte es gedacht. Dieses absolut durchgeknallte Meisterwerk hat mich nach dem ersten Band so begeistert, dass ich mir direkt alle 10 restlichen Bände gekauft und durchgesuchtet habe. Tatsuki Fujimoto hat hier einen Megaknaller hingelegt mit Denji, der der Mafia eine Menge Geld schuldet und versucht mit der Jagd nach Teufeln wenig Geld zu verdienen. Und indem er seine Organe verkauft, das ist ganz crazy. Als die Mafia keinen Bock mehr auf ihn hat, gehen die Gangstern packt mit dem Teufel ein und wollen ihm Denji opfern, denn der Teufel will alle Teufelsjäger töten. Denji, der aber selbst mit dem kleinen, süßen Kettensägen-Teufel Poshita befreundet ist, der hat ihm mal das Leben gerettet, wird von eben jedem gerettet und kann sich fortan selbst in ein Kettensägen-Monster verwandeln. Die Regierung kommt natürlich auch direkt auf den Plan und schnappt sich Denji und setzt ihn gegen andere Teufel ein. Dieser Manga ist ein absoluter Höllenritt, blutig abgefahren, super durchgeknallte Charakterdesigns, einfach von vorne bis hinten durchlesen und begeistert sein. Danke, Egmont, dass ihr diesen Titel hier veröffentlicht habt. Damit wir auf die nächste Top-Liste abgearbeitet, schreibt doch mal in die Kommentare, welche eure Top-Manga 2022 waren und lasst direkt noch ein Abo da, Glocke klicken nicht vergessen, damit ihr über die weiteren Videos informiert werdet und Daumen sind natürlich auch gerne gesehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.